Ich kann auch über solche Themen reden. Eine Rose war von mir... Okay. Einmal mit Läufer des Kindes. Denen geht's bestens, keine Sorge. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Beste Hygiene bekommen. Au. Wie all sind deine Kids jetzt? Meine Kids sind 3 und 5. Meine Babys. Du bist die Beste, Ed 44. Dankeschön. Mach mich bitte mal, dann stimme ich die Leute. Oh Gott, das ist... Okay, Leute, sorry. Ich werde mich definitiv für den nächsten Livestream besser vorbereiten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lust sein werde. Anni ist auf die Eins. Okay. Ist das UV-Nagellack? Das ist Schellack. Mach ich mal selber. Seit Jahren schon. Ähm... Klar darf er seine Kinder sehen, aber der will seine Kinder nicht sehen. Der hat auch seit Monaten nicht einmal nach denen gefragt. Der weiß, wo die sind, wenn er seine Kinder sehen will. Wie kriegst du den Lack ab? Ich hab extra solche Lack. Entferner. Boah, ich komm hier echt nicht hinterher. Du bist die Beste, Jackson. Dankeschön. Und du? Magst du Shadokan? Ja. Klar mag ich Shadokan. Bollywood und so. Ähm... Hol Tanzverbot rein. Oh Gott. Ich brauche nur eine Frage. Dann werde ich mich so in diese Frage reinsteigern und einfach nur darüber reden. Weil ich komm echt nicht hinterher. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ähm... Ähm... Scheiße. Sorry. Ich weiß nicht, was man im Live sagen darf. Ähm... 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 Ich hab schon Ziele für die nächsten Jahre. Oh ja, die habe ich. Die habe ich. Ich brauche die Pläne. Ich möchte aber noch nicht reden. Was arbeitest du? Ich arbeite aktuell nicht. Wegen den Kids. Das habe ich jetzt mal gesagt. Aber ich habe in einer Eisdiele gearbeitet. Aber wegen Kids und Kederplatz arbeite ich aktuell nicht. Ich bekomme auch kein Bürgergeld, ne? Kein Bürgergeld. Ich bekomme nicht mal Kindergeld. Obwohl meine Kinder in Deutschland geworden sind. Weil... ähm... Ich keine Niederlassung in Deutschland habe. Weil ich bin eigentlich aus Österreich. Ich sage, ich kriege hier in Deutschland keinen Cent, gar nichts. Nada. No para for me. Warte. Ich muss hier was wegklicken, Leute. Ich kriege ja gar kein Geld. Kein Bürgergeld. Gar nichts. Meine Familie unterstützt mich aktuell finanziell. Ähm... Das einzige Geld, was ich verdiene, ist, wenn ich mein Pfand zurückkriege. Warte mal... Wo ist Bushido? Weiß ich doch nicht. Mach Sperre für... für was? Das ist jetzt weg. Das ist so schnell. Ähm... Du bekommst doch Unterhalt von Meus. Nein, bekomm ich nicht. Ich liebe dich, Kata. Ich liebe dich auch. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ähm... Warte mal. Dankeschön, Leute. Ähm... Mach mal Moderatoren. Werde ich machen, Leute. Ich werde das für die nächsten machen. Also für alle, die neu reingekommen sind. Ähm... Dankeschön. Alle, die gerade neu reingekommen sind, das ist mein allererster Livestream. Ich... Ich kenne mich null aus. Dieser Livestream ist gerade so ein Test. Ich wollte mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Könnt ihr mir ein paar coole Fragen stellen? Weil ich habe gerade voll die Blockade. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meinen Kindern. Wieso so spät live? Ich wollte es einfach ausprobieren. Das ist mein erstes Mal und ich wollte es einfach mal ausprobieren mit live. Ähm... Geh lieber offline. Ich will... Ähm... Grüß Sebach. Ich grüß Sebach. Okay. Also ich würde eh nicht so lange live bleiben. Wie gesagt, Leute, ich wollte... Es ist einfach nur mal ausprobieren. Wenn ihr noch irgendwelche paar Fragen habt, könnt ihr das jetzt fragen. Und liebe... Liebe zurück, Jessica. Ähm... Liegt dir wirklich nichts mehr an ihm? Ähm, nein. Ich muss echt vorsichtig sein, was ich vorlese. Leute, ich danke euch auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall nicht gerechnet, dass so viele reinkommen. Und auch diese ganzen Rosenherzen, was das alles ist. Ich danke euch richtig, richtig. Um Gottes Herzen. Ich bin grad einfach maximal überfordert. Ich kann mich grad gar nicht richtig äußern, Leute. Sorry. Ich bin ein bisschen überwältigt. Vielen, vielen Dank für alles auf jeden Fall. Passt auf dich auf. Dankeschön. Mach ich. Ähm... Haut noch ein paar Fragen raus, wenn ihr wollt. Ich kann ja noch so zwei, drei Fragen beantworten. Weil ich glaub, da würde ich auch offline gehen. Ich wollte das hier gesagt heute nur ausprobieren. Dankeschön. Bleib stark, Dankeschön. Bleib stark, Dankeschön. Ähm... Würdest du Make-up-Videos machen? Kann ich sehr gerne machen. Kann ich sehr, sehr gerne machen. Schreib mir sowas gerne auf Insta. Make-up-Tutorials und sowas kann ich gerne machen. Das ist gar kein Problem. Was ich nicht kann, das sind Hair-Tutorials und sowas. Ich kann gar nichts mit meinen Haaren, gar nichts. Ich krieg's gerade noch in den Zubletten.